. So, guten Abend miteinander. Ich habe hier ein Thema vorgegeben von dem Herrn, der jetzt neben Bettina sitzt, vom Jörg Hilber, den hören wir dann nachher noch, vom Bargeld zum Bitcoin. Jetzt ist es gerade eine spannende Zeit, weil jetzt ist gerade der Crash im Gang. Es erinnert mich sehr stark an den Internet-Type vor bald 20 Jahren, vor 18 Jahren. Und wie ich weiss, ist das Publikum da hinein mehrheitlich eher ein bisschen konservativ eingestellt, aber ich hoffe, ich kann noch ein paar Sachen erzählen. Also, ich weiss, wer von mir hat überhaupt einen Kryptowallet oder einen Bitcoin auf seinem Telefon. Da haben wir mindestens eine Person, zwei, gibt es noch mehr, können wir noch mehr bieten. Aber das ist nicht weiter überraschend. Also, ich habe auch nur ein paar Fraktionen auf meinem Coinbase und zusätzlich ein paar Wallets, weil ich grundsätzlich alles austeste, weil es eben auch im Zusammenhang mit Fintech ist und auch die Vermögensverwaltung jetzt zunehmend digitalisieren kommt. Also, wir haben jetzt, glaube ich, einen Kurs von 3.700. Das ist etwa im September letztes Jahr der Fall gewesen. Also, eigentlich ist es verrückt, wie das so steil angestiegen ist. Und jetzt stürzt der Bitcoin ab, aber damit hat er auch alle anderen Kryptowährungen mitgezogen. Also, eigentlich ist es nicht wirklich verwunderlich, wenn man sieht, was angeboten worden ist unter einer Kryptowährung. Wenn man weiss, dass es ja nicht einmal Aktien gewesen sind, sondern eigentlich ein Versprechen, dass aus einem Token, aus einer Kryptowährung, die man kauft, dann etwas Grosses kann entstehen. Und ich möchte gar nicht gross über die Spekulation reden. Ich bin selber kein Spekulant. Ich teste das Zeug einfach aus und verbreite auch stark über Social Media und so weiter, wo ich jetzt doch schon ein paar Tausend Follower habe. Und ich bin eigentlich oft in China, einfach im Zusammenhang Brugschweiz-China. Und es ist einfach ein gigantisches Potenzial, das wir uns gar nicht vorstellen können. Die Schweiz ist in unserem kleinen Land mit 8 Millionen Einwohnern. Aber es ist extrem spannend für Explorateuren, auch für Softwarefirmen. Und natürlich nicht ganz einfach, in den Markt hineinzukommen. Darum muss man regelmässig gehen. Aber ich bin eigentlich jetzt mittlerweile schon ziemlich weit gekommen, dass ich hoffe, in den nächsten 6 bis 9 Monaten ein erstes Beratungsmandat dort vor Ort machen kann. Und wir Schweizer sind einfach sehr geschätzt in China. Weil wir sind das erste Land, wo ein Freihandelsabkommen gemacht hat in Europa. Und die Chinesen vergessen solche Sachen nicht. Das sind historische Momente für die. Weil die auch sonst geschichtlich zurückgeschauten, was 500 Jahre vorher war. Und das war eben China die Nummer 1 in der Welt. In der Wirtschaft. Und nicht irgendwie in Grossbritannien oder so. Und die wollen wieder dort annehmen. Und das werden die auch erreichen. Vielleicht mal noch ein bisschen mit runter und dann wieder hoch. Aber das merkt man in der Gesellschaft, die sind ganz klar auf das ausgerichtet. Und Tokio ist jetzt neu dazu gekommen mit einem neuen Mandat, wo wir das Kunstportfolio in eine Struktur hineinbringen. Und dann das auch als Crypto-Tokens offerieren im Markt. Und ich erzähle jetzt einfach ein paar Sachen, wo das hingeht. Weil ohne den Hype, den wir jetzt hinter uns gehabt hätten, hätten wir jetzt eben auch die Innovation nicht. Und das war genau so von 20 am Internet-Hype. Wir hätten auch nicht alle das Mobile-Banking, das wir heute hätten. Weil dann hat es angefangen. Dann haben wir die Bandbreite noch nicht gekauft auf den Smartphones. Dann haben wir noch mit Watt-Protokoll geschafft. Das war ja unbrauchbar. Das haben wir dann relativ gleich gemerkt. Darum hat es sich auch nicht durchgesetzt. Und was sind jetzt Gründe von Crash? Es gibt verschiedene Gründe. Die einen können sehen, dass es eine Absplitterung gibt von Bitcoin Cash in den SV hinein. Und das ist ein Grund. Dann gibt es immer neue Kryptowährungen. Die brauchen Rechnerleistung. Das verteilt sich dann noch mehr. Das ist auch natürlich dann schwierig. Und jetzt durch den Kursverfall hat es immer mehr Miner, die aufgegeben haben. Wir reden auch von Tausenden, die ihre Rechnerzentrum abgestellt haben. Und dann verkaufen wir natürlich sehr viele Bestände, weil sie brauchen auch Geld. Das heisst, es wird wieder ein Teil wahrscheinlich zurückgewandelt in sogenannte Fiat-Währungen. Also das, was man heute kennt, Dollar, Schweizer-Franco und so weiter. Und es ist ein extremer Religionskrieg unter diesen verschiedenen Fraktionen. Also wenn man da im Kryptowährung ist, ist es vielleicht noch ein bisschen weniger der Fall, weil sie sind ein bisschen mehr Bodenständiger, die Plattformen entwickeln wollen. Aber grundsätzlich gibt es da verschiedene Lager. Und das hilft natürlich nicht, dass sich alles so schlank tut, weiterentwickeln. Und dann redet man auch davon, dass beim Top-Peak von letztem Jahr bei 20'000, oder wann ist das gewesen? Im Januar noch, ist eigentlich unglaublich. Das ist erst vor kurzem gewesen, dass da auch Preismanipulationen stattgefunden haben. Da tut auch das SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde, mittlerweile untersucht. Und die Engländer sind jetzt auch seit der Woche dran, mit dem FCA zu schauen, ob da nicht irgendwo Firmen unterwegs waren, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, vom Finanzmarktrecht und Investorenschutz berücksichtigt haben. Und in China ist es ja so, die haben die Kryptowährung gerade mal grundsätzlich verboten, weil die haben einfach in China eine andere Einstellung. Alles, was nicht reguliert wird, wird ausgenutzt. Da wird einfach Forschung gemacht und da werden Service und Dienstleistungen angeboten, die man bei uns in Europa wahrscheinlich eher mal zurückhalten würde, weil man sagt, es holt uns ja dann nachher wieder ein. Und in China ist das anders. Die gehen dort voran in der Grauzone, wo wir uns nicht bewegen würden. Und das ist halt, weil die auch ein extremes Unternehmertum in sich haben. Also wenn es jetzt weiter noch Kursverluste gibt, bevor ich ausgehe, das weiss ich auch nicht genau, wo es enden wird, ist mir eigentlich am Schluss gleich, solange die guten Sachen, die ich nachher darüber erzählen möchte, auch übrig bleiben. Dann kann das noch auf 2'000 Dollar runtergehen, vielleicht bleibt es auch bei 3'000 stehen, der Bitcoin mit dem restlichen Markt. Ich kann mir immer nachschauen auf CoinMarketCap. Für die, die das interessiert, in der letzten Zeit natürlich immer sehr rot. Aber das wird jetzt natürlich auch sehr viel treffen, wo gute Absichten gehabt haben und Software entwickelt haben oder dran sind, wo zählt worden sind in Kryptowährungen, wo jetzt natürlich auf einmal zu wenig Stütze haben. Sprich, weil halt der Umrechnungswert nicht mehr dem entspricht, was man erwartet hat, weil man ja oft von Hodl, Hodl kommt von Holt, also die erhalten und die sind jetzt natürlich bösartig auf die Welt gekommen. Und viele von denen, die ich einmal frage, die haben auch den Internet-Bubbel nicht erlebt. Und ich habe den ersten Crash schon im Oktober 87 erlebt und ein paar von euch wissen auch nicht, wie das dort abgelaufen ist. Da bin ich Junior-Devise-Händler gewesen und die Märkte haben immer funktioniert. Und jetzt da sieht man natürlich, dass Marktliquidität auch noch ein Problem ist dazu. Jetzt ist es aber, es geht um viel mehr als um Krypto und Bitcoin. Es gibt fundamentale Veränderungen und die haben sehr stark einen Einfluss oder begründet sich auf dem Finanzcrash, wo jetzt das 10-jährige Jubiläum von sich hat. Und wir reden andererseits von Plattformökonomie, von Amazon, Facebook und anderen. Und in China ist das bereits Realität. Das ist darum auch so faszinierend, weil China das fertig bringt, wo andere Länder wahrscheinlich viel länger brauchen. 1,3 Milliarden Leute zu digitalisieren. Da hat nachher jede Identität und mit einer digitalen Identität kannst du einfach viel schneller Geschäft machen. Da hast du nachher die Häuser vom einen zum anderen überschieben und das läuft alles über die mobilen, digitalen Plattformen ab. Und es geht eigentlich darum, dass wir jetzt Digitalisierung immer mehr richtig große Ökosysteme bringen und die Zukunft wird in dezentralen Wirtschaft sein. Weil die Komplexität, die wir heute haben, die wir heute schon nicht bewältigen können, die wird noch komplexer, weil Plattformen haben immer noch das Problem, dass sie zentral von jemandem bewirtschaftet werden. Und damit man die Probleme lösen kann, müsste man eigentlich dezentral fahren. Und da wird nicht immer schön im Kryptoweli das Beispiel von der Schweiz genannt, mit unserem Kantönligeist. Und wir lernen ja jeden Tag Verschirung, dass es auch ist, wenn da jede Gemeinde noch seine eigenen Verfahren hat. Also ich erinnere mich dann einmal wieder an meinen Brüdern, der mit Geothermie oder mit einer Wärmesone dort wieder aufgehört will. Das war so kompliziert mit all diesen Bewährungsverfahren, dass er aufgehört hat, obwohl es eigentlich dann richtig losgegangen ist. Aber gut nach 50 Projekten hat er das dann gesehen. Das heisst, wir gehen von einer Plattformökonomie in die dezentrale Ökonomie. Das findet momentan statt von der Entwicklung, zum Beispiel im Kryptoweli, also im Kanton Zug und auch in der ganzen Schweiz. Wir haben eine extrem gute Voraussetzung, um da Lösungen zu bieten, wo in anderen Ländern zuerst noch müssen, überhaupt diese Kapazitäten gefunden werden und diese Intelligenz und gleichzeitig das überhaupt kann umgesetzt werden von Spezialisten. Und jetzt redet man ja, nebst dem Bitcoin, das ist eine Kryptowährung, redet man natürlich von verschiedenen Arten von diesen sogenannten Tokens, Kryptotokens. Da gibt es jetzt Security-Tokens, also eigentlich Wertschriften. Und die Schweiz Finma ist da eigentlich relativ pragmatisch unterwegs mit der Beurteilung. Die meisten werden aber in Zukunft als Wertschrift betrachtet, sprich als werthaltende Einheit, ein Wertpapier, eine Aktie, wie auch immer. Und das sieht aus SEC so in Amerika. Und in den meisten Ländern wird es sich die Idee geben. Also alles andere, was so Payment-Tokens sind, Utility-Tokens, wird wahrscheinlich eher anders einig bleiben. Und was jetzt eben zunehmend passiert ist, auch die Schweizer Börse, ZIX, und viele andere, kaum hätte ich das angekündigt, Anfang Juli, dass sie Digital Asset-Plattformen baut, sind dann auch in Amerika andere Börsen angezogen, unter anderem New York Stock Exchange und weitere. Und das wird, das ist jetzt zum Trend. Das heisst, Digitalisierung wird jetzt kommen, im Aktienbereich, mit Wertschriften-Tokens. Und das ist sehr spannend, weil damit verbunden ist ja eine Dezentralisierung, das heisst, extrem viele Servicedienstleistungen oder operationelle Prozesse erübrigen sich, weil man ja mit dem Blockchain eine sogenannte Buchhaltungsplattform hat, ein Ledger, wie man dem sagt, eine Distributed Ledger-Technologie, DLT. Es hat halt sehr viele Fachbegriffe auf Englisch, ich kann mich ja dann nachher noch löchern mit Fragen. Und die erübrigen eigentlich all die Abstimmungsprozesse zwischen denen. Das bedingt natürlich auch, dass die Banken die heutigen Leistungsträger müssen umdenken, weil man merkt, dass es in Amerika jetzt kommt, jetzt kommt das institutionelle Geschäft hin, damit kommt ein riesiges Volumen und dann werden alle unter Zugzwang kommen. Und das wird wieder unter der normalen Regulation laufen, die wird dann einfach abgepasst und hoffentlich wird sie nicht viel neue Regulation brauchen, weil eigentlich ist die ökonomische Begründung dahinter die gleiche. Und das haben wir eigentlich dem 1-Jahr-Boom vom letzten Jahr zu verdanken. Und, jetzt müssen Sie da aber die andere Seite blättern, Entschuldigung. Und das Potenzial geht viel weiter als Wertschrift, es geht auch im Zahlungsverkehr weiter. Man muss sich einfach vorstellen, es gibt immer noch Regionen wie der Mittlere Osten, Nordafrika, das sind 84% von den Leuten, die haben gar kein Bankkonto. Das ist ja erschreckend, das haben wir vor einer Woche in Ankara gehört am Referat und das hat mich ja selber schockiert. Dass sie in Afrika nicht so viel hat, das wissen wir, aber auch im Mittleren Osten, das hat auch mit dem Islamic Banking zu tun, dass die Frau eigentlich nichts machen kann ohne den Mann. Und mit Kryptowallets, mit sogenannten Apps dann auf ihrem Smartphone, könnt ihr auf einmal Sachen machen, als sie vorher nicht haben können, weil das gar nicht geregelt ist im Koran. Das hat dann eben auch noch Vorteile. Und das ist zum Beispiel eine Lösung aus Dubai, die jetzt den ganzen MENA-Bereich, also Mittlere Osten und Nordafrika, bedienen will. Das sind doch immer in 414 Millionen Leuten, 84%, das gibt genug grosses Potenzial offenbar dann. Und die werden das machen und dann gibt es noch diesen Vorteil, sie können von Person zu Person das Geld überweisen, sie brauchen keine Bankmedien zwischen, also keine Intermediäre und alles über Smartphones. Das ist eben auch der Vorteil in anderen Regionen der Welt. Und gleichzeitig und das ist eigentlich ein Hauptgrund, warum das sich so durchsetzen sollte, dass natürlich systemische Risiken massiv vermindern sollte, weil es ja verteilt wird auf all die Leute. Jetzt in China führt es teilweise dann zum Gegenteil, weil dann einfach, wenn es unreguliert ist, Sachen passieren und nicht sollten und dann muss dann der Regulator wieder einschreiten. Aber das ist jetzt Thema für ein anderes Referat. Jetzt ist die Frage, ist Kryptogeld dann die Idealform von Geld? Viele reden ja auch von Bitcoin, wie es Gold sind, digitale Gold. Aber es hat sicher ein paar Vorteile, man kann es nicht zerstören. Den Bitcoin kannst du nicht mehr vernichten, der ist da. Du kannst den nicht kaputt machen, du kannst ihn nicht irgendwo einsammeln, weil der existiert und der ist nicht zentral kontrolliert. Also Bitcoin wird nicht verschwinden. Die Frage ist nur, wie viel Wert wird er haben. Aber theoretisch sollte er ja steigen, weil er ja limitiert ist von der Ausgabemenge. Und dann ist er fälschig sicher. Der Bitcoin selber ist fälschig sicher, aber wenn ihr natürlich ein Wallet haben, den ihr nicht zauber sichert und jemand das Gerät klaut oder den Hardware, den kann man da natürlich mit einer Pistole am Kopf haben und dann soll das Passwort geben. Dann hast du natürlich, das ist aber wenn du einen Tresor klausch und den öffnest. Das ist eigentlich nicht viel anders. Und darum wird es auch da andere neue Dienstleistungen geben, die die Probleme lösen werden. Ob das dann Banken sind oder andere werden wir dann sehen. Aber da muss man ja noch ein bisschen die Zeitung lesen, das kann man ja heute nachverfolgen, die neuen Projekte hier laufen, die wollen ja auch noch Hardware anbieten oder die Sicherstellung, damit eben auch das Geld auf diesen dezentralen Wallets nicht einfach verschwinden kann. Und dann ist natürlich die Fungibilität, also die Handelbarkeit, die Übertragbarkeit ist ein wichtiges Thema. Das heißt, mit einer Goldklumpen nicht, das ist extrem schwer, mit dem kannst du nicht einfach schnell davonsecklen, ausser so kleine Goldtöffelchen. Und du kannst es teilen, beliebig weit abeteilen und es ist, wie gesagt, transportierbar. Und im Zahlungsverkehr und da keine Mittel, weil ein paar Lösungen sind sehr spannend, die reden eben nicht mehr von der Spekulation, sondern die ermöglicht eben Zahlungsverkehr in Bereichen wie in Nordafrika, Mittleren Osten, in Asien überall, dass man eben Sachen kann machen, wo heute Banken nicht in der Lage sind, weil Banken sind einfach mit dem heutigen Zahlungsverkehr nicht mehr zeitgemäß, wenn man vor allem an Digitalisierung denkt. Es ist sehr langsam Transaktionsgeschwindigkeit und bis dann endlich einmal Bestätigung ist, es ist viel zu teuer, die Umrechnungskurse sind viel zu teuer, wenn man eine Währung hätte, die man für das verwenden könnte, und es gibt ja so Lösungen, dann wird es auf einmal extrem viel günstiger und es ist fundamental eigentlich unsicher, weil es sind auch die verschiedenen Intermediären drin, es ist viel zu strukturiert, viel zu kompliziert. Wir haben uns einfach jetzt daran gewöhnt und gehen mit dem um. Man muss sich einfach immer vorstellen, es gibt einfach Bereiche, wo das nicht so einfach ist. Also es gibt immer noch viele natürlich Cash-basierte Geschäfte, die gerne zwitschen würden, aber nicht können, aus verschiedenen Gründen. Dann die Überweisungen, dann gibt es Hyperinflation in Venezuela, das ist ein wunderbares Beispiel von der Firma, wo ich jetzt auch ein paar Folien nehme, um mich einfach durch die Themen durchzugehen. Die haben ein unglaubliches Wachstum mit ihrer Lösung bekommen, weil es eben sicher ist und auch nicht spekulativ. Und dann gibt es immer noch sehr viele Geschäftsbereiche, die viel zu viel Gebühren verlangen und die sind natürliche Kandidaten, um nachher zu wechseln. Und die Innovation, die wird nicht in Europa, die wird in anderen Bereichen treiben. Vielleicht wird sie unter anderem im Cannabis-Bereich, weil in Kalifornien und in Kanada ist es jetzt legal, aber die können keine Bankkonten aufmachen. Also läuft wieder alles Cash, wenn wir irgendwo im Hinterhof mit Geld irgendwas Illegales kaufen. Dabei ist jetzt Cannabis ja unter gewissen Voraussetzungen legal gemacht worden, aber trotzdem können sie kein Konto aufmachen, weil die Banken einfach da so übervorsichtig sind. Aber das Gleiche ist im Gambling teilweise der Fall. Und das ganze Trading und Spekulation, das sind alles Zusatzeffekte, die durchaus auch Berechtigung haben. So. Zum Beispiel eben in Venezuela haben sie irgendwie Millionen Prozent Inflation gehabt. Und hat das System, wo der Scheiss sich durchsetzen können und das ist eine Lösung, weil die auf einmal eine stabile Währung haben und einen Umtauschmechanismus zum Beispiel zum Nahrungsmittel kaufen. Und das ist auch ein von den Anwendungsbereichen in den Ländern, wo sie sehr gut durchgesetzt haben. Und dann hat es zum Beispiel in Kalifornien und auch in Kanada eben Cannabis ist ein Thema und das ist zum Beispiel vom Verkäufer, der in den Lädern sind, die sich jetzt all positionieren, das ist ein Riesen-Hype und es gibt auch sehr viele Investitionen, die dort rein gehen, auch Techninvestoren gehen dort rein, aber die müssen funktionieren wie im Mittelalter oder mit Cash. Also die ganze Buchhaltung, also Käufer und Verkäufer müssen praktisch im Cash sein, du kannst es nicht über ein Smartphone machen, was eigentlich in jedem modernen Bereich heute der Fall ist, in jedem neuen Business fängt man an mit Apps zu arbeiten und die können das nur teilweise so machen. Also braucht es digitale Zahlungswege, wo das, was die Banken nicht anbieten können, anbieten. Und die Banken werden dann einfach immer mehr in Zugzwang kommen und das passiert eben durch Plattformökonomie, Amazon etc. Und in China ist es bereits der Fall. Es läuft alles über Alibaba, Alipay und Tencent mit WeChat Pay. Die Banken sind eigentlich dort nur noch in einem gewissen Bereich, sind sie der erste Kontakt- und Transaktionspartner. Also sieht man vor allem mit den Lösungen in Venezuela sehr viele Nutzen, wenn es jetzt darum geht, Alternativen zu bieten, die die Banken nicht können, aber auch USA und dann gibt es in Asien immer mehr Nutzen, die das brauchen. Und der grösste Teil kommt eben dann aus den natürlichen normalen Bedürfnissen, die wir jeden Tag haben. Weiter könnte ich natürlich jetzt noch über den Energieverbrauch reden, wenn das interessiert. Das können wir nachher machen. Die Spekulation selber, was passiert denn alles. Hacking von Wallets passiert natürlich auch, weil jeder Tag kommt immer. Negative Schlagzeile machen natürlich immer das Rennen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da mittlerweile x Milliarden reingeflossen sind, da wirklich nicht nur in Krypto, sondern auch wirklich das Geld, das Innovationen fliesst. Also was entzut läuft, ist auch weltweit von Bedeutung in diesem Sektor. Und wir haben immer den Vorteil, dass wir so ein dreistufiges Ausbildungssystem haben mit ETH, und da hat es extrem viel Intelligenz und dann die Fachhochschulen und dann eben auch von der Stifte nach oben, also das hilft uns extrem, weil es muss ja am Schluss funktionieren in der Praxis. Also von dem her kann ich nur zum Abschluss sagen, Bitcoin wird bleiben und Kryptowährungen sowieso und Digitalisierung kann nicht stattfinden ohne digitale Währungen, weil wir können eigentlich nur dann unsere Produktivität weiter erhöhen, wenn wir uns diesen Themen annennen und die auch unterstützt oder zumindest nutzen. Wenn es gerade Fragen gibt, aber ich würde wahrscheinlich Zeit über denen, ich glaube, der nächste Redner wartet schon da, aber wenn es gerade etwas Dringends gibt, da vorne gibt es schon Fragen. Das Thema Inflation, ich finde es schön, wie du das hier angestellt hast, aber ich glaube, ihr verwendet das falsch. Wenn wir die Inflation anwarten, das ist ja auch mit der Kriptowährung, wie es passiert. Das heisst, ich muss jetzt für eine neue Einheit wie jetzt, aber die Explosion, die auch passiert, ist ja schon da, ist ja genau, du hast es ja schon gesagt, jetzt haben wir Firmen, die mit dem spekulieren, wir arbeiten, und spekulieren, die, die mit dem Inflationen sind, die mit dem Inflationen sind, das zeigt auch, dass der Inflationen nicht mehr schafft, also man spricht von Fraktionen, im Ausgeschwindigbereich, und darum, ich kann das einfach mit abnehmen, mit der Inflation, wenn man mit der Inflationen arbeitet, dann laufen wir vor, die kann ich begriffen, was andere mitbewerden, und soviel ich, bevor ich es über Wohlfurchschaft verstanden habe, wäre ich eben, wir werden die Inflationen das ist eine Inflation da, und das ist auch der Grund, wie du jetzt das wirklich definieren Gut, du kannst einfach sehen, was ist besser, weil die haben ja gar keine Alternative, also in Venezuela mit einer Million Prozent Inflation bist du ja mit einer Drittelung von Bitcoin noch gut bedient, oder? Ja, also, und das ist eben, oder, darum ist es bei uns, wir können nur darüber schmunzeln, lachen, und die meisten haben wahrscheinlich noch Schadenfreude, dass jetzt alles abgegangen ist, aber mir ist eigentlich das Fundamentale wichtig, ich bin plattformtreibender Mensch, oder, für mich geht es darum, was führt jetzt zur nächsten Evolution in der Technologie im Fortschritt, und darum glaube ich, wird das kommen, vor allem in unstabilen Ländern, oder, die haben nicht die Demokratie und das Verständnis wie bei uns, und es wird natürlich auch so sein, dass es auch bei uns, und man sieht es, die unterschiedlichen Weltansichten, die heutigens möglich sind, die führen natürlich dazu, dass wir immer mehr so Stammesverhalten haben, da gibt es ja auch verschiedene gute Vorträge von verschiedenen Exponenten, und das wird auch dazu führen, dass die Gesellschaft sich unterschiedlich bewegen wird, und das wird zu einer grossen Herausforderung werden, von unserem demokratischen System, darum glaube ich auch, dass China einen grossen Vorteil hat. Also bloß es ist wirklich der Glauben daran, es ist der Glauben daran, das System, dass es dezentral ist, und so weiter, da wäre es noch gut, wenn der Adriano noch da wäre, der Lucatelli, weil der ist so, der hat ja ganz klare Meinung dazu, aber es ist effektiv so, da hat es einfach Leute, die daran glauben, es gibt heute noch die Fundamentale, das sind schon fast Fundamentalisten, ich bin da super pragmatisch, ich habe schon genug erlebt, und mir ist einfach die Internetpubble in die Knochen gefahren, also ich bin nicht für Lumpen dran, aber es ist schon massiv, und dann spürst du, wie auch dort die Wertschöpfung offenbar auch nicht rum war, oder zu wenig rum war, aber aus dem Haus ist Amazon und Google stark geworden, und wahrscheinlich schlussendlich ist dort auch irgendwo die Uhrgedanken von Facebook entstanden, oder? Gut, ich glaube jetzt mit dem sollten wir mal einen Unterbruch machen, wir haben zwar dorthin noch eine Frage, die letzte dann. Ja? Es gibt ja auch das Thema mit der Blockchain und die Technologie vom Tango, wo wir ja mit Iota, den recht bekannter wie von Ihren Vertretern haben, sehen Sie mehr, ich würde Sie da Aussage machen, sehen Sie mehr Potenziale für Blockchain-Technologie, für die Kryptos oder Blockchain-Technologie, oder eher die Technologie vom Tango? Jetzt habe ich das zweite nicht, also Blockchain-Technologie sicher, ja, und was haben Sie noch gemeint, was? Ja? Es gibt zwei Technologien, die ist eben die Blockchain und die meisten Kryptos-Rufs basieren, und das andere ist der Tango, also der Iota hat ja keinen Blockchain, sondern einen Tango. Wie jetzt von Tango, oder wie? Ich verstehe das gar nicht, das zeigt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt. Können wir das nachher mal aufnehmen? Sorry, ich habe zwar die Allermeisten vorne angehört, wo noch gar niemand tragen konnte, weil ich der erste Träger bin im Ohr, aber ich habe das jetzt echt nicht verstanden akustisch. Müssen wir es erst mal als Mikrofon haben? Da vorne. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus